Jo moin Leute, die DTM Saison 2023 geht weiter mit den Predictions am Norisring mit dem Qualifying Gruppe 1 Los geht's! Heute um 9.35 Uhr live auf rand.de Von der Bull startet Aya Ayun Meini Herzlichen Glückwunsch vor Aya Changüfen Dahinter auf 3 startet Christian Engeler Frank Pereira Fünfter wird Luki Auer Sechster Luca Engsler Siebter und achter starten Schellen van der Linde und Marco Wittmann So das war's von der DTM Saison 2023 am Norisring mit dem Qualifying für die Gruppe 1 Saison 2023 Predictions so lassen Leichter lassen Oder gut kickt Ciao!